Hallo zusammen, ich möchte euch zeigen wie ihr auf die Lernplattform mebis.bayern.de kommt. Als erstes nehmt bitte einen aktuellen Browser z.B. Google Chrome, Microsoft Edge oder die aktuelle Version von Mozilla Firefox. Anschließend gebt ihr die Seite www.mebis.bayern.de ein und klickt hier auf Login. Dann wählt ihr die Lernplattform aus und gebt euren Benutzernamen, den ihr von der Schule erhalten habt ein. Anschließend gebt ihr das Initialpasswort ein. Sofern ihr schon ein bestehendes habt, gebt ihr euer bestehendes Passwort ein. Bei Neuanmeldungen erscheinen die Nutzungsbedingungen und ihr müsst sie euch gut durchlesen natürlich und anschließend, wenn ihr sie ganz gut durchgelesen habt, akzeptieren und senden. Anschließend wird euch eure Schule angezeigt und die Kurse, die ihr zur Auswahl habt, also bereits eingeschrieben seid. Sofern noch keine Kurs eingeschrieben seid, dann erscheint hier leider noch nichts. In diesem Fall haben wir einen Geokurs unserer Klasse 8c.